hallo zusammen wir gucken uns heute von odk das christmas edition an es kommt in einem herrlichen duft nach lebkuchen vanille und zimt der preis für diese 50 ml beträgt ca 22 euro odki selbst sagt es soll ein schönes abwehr verhalten und ein hochglanz bringe das kriegen wir heraus ich habe eine ecke abgeklebt damit wir gucken können ob das wachs auch ein bisschen abdunkelt ich trage einmal auf verteilen lässt es sich wirklich erst rein das gefällt mir schon mal sehr gut das war schon fast so viel wachs was ich aufgenommen so eine bahn ziehen so die key braucht meistens nicht so lange zum abliften deswegen warte ich einmal fünf minuten jetzt nehmen wir das wachs einmal ab aber noch flauschige seite nehmen das klebeband einmal abziehen und schauen wir mal ob wir etwas erkennen können ja also eine kleine farbauffrischung kann ich sehen aber nicht so extrem wie bei anderen wachsen naja wir lassen erstmal einen tag den wachs ruhe zum aushärten und dann gebe ich wasser drauf so das wachs hatte jetzt sogar zwei tage zeit schauen wir mal noch einmal ein bisschen mehr wasser strahlen noch einmal ein bisschen mehr wasser strahlen Das kann sich doch sehen lassen. Ich bin soweit relativ zufrieden mit dem Wachs. Das kann sich doch sehen.